Servus Leute, das Zombie-Event in EFT läuft jetzt schon eine ganze Weile und inzwischen werden Stimmen lauter, dass das Ganze doch ein bisschen nervig ist und schon zu lange geht. Und meiner Meinung nach ist es jetzt dabei, zu Ende zu gehen. Es kommen jetzt jeden Tag zwei Quests für jeweils eine Map, bei der man dann, ja, da Zombies killen muss. Und wenn das dann erledigt ist, dann verschwinden die da sozusagen. Also wird jetzt eine Map nach der nächsten gecleared und das ist jetzt schon, ja, wir sind glaube ich bei der sechsten Map. Und ich habe da ein Raid für euch, da war ich auf Customs unterwegs, da musste ich Zombies in den Doms killen und, ja, war noch ein bisschen PPP dabei. Ist natürlich immer richtig was los bei dem Event. Ich selber finde es eigentlich echt gut, ich habe damit meinen Spaß, aber ich kann es total verstehen, dass Leute, die normal EFT spielen wollen, einfach bloß questen wollen, davon richtig genervt sind. Und, ja, ist ein heiß diskutierendes Thema, aber im Video gibt es den Raid, wie ich da die Zombies erledigt habe. Und, ja, ich denke mal, das Event wird dann spätestens am Sonntag rum sein. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Neox, danke schön für den Prime im achten. Willkommen zur Gena-Abo-Falle. Und danke, dass du Prime im gelässt. Weiß nicht zu schätzen. Wusstest du nicht? Ja gut, muss man in den Doms machen. Steht aber dabei. Doms-Area. Moin, Goth-Roll, wie geht's? Da, wo du bist. Ja, da werden jetzt gleich einige an den Doms aufschlagen. Was gab's für den Bäcker? Die zwei, die dir die Frage stellt. Wo sind Bamberger und Pfefferbritze? Wollen Maliko? Haben sie Quests rausgenommen? Also neue Quests rausgehauen, ja. Es gibt neue Quests. Vivi, vielen Dank für den Follower bekommen. Vivi, vielen Dank. Die zwei, die sind Schmerzen von Statut. meine mein roter ei toni kommt hier rein danke xpvc ist da aus kommt mir hier hinten rein und raus eigentlich mal sehen ob das zählt ja zählt 30 Stück bloß ok das geht da sch sch Kommt mal alles schön hier rein. Ich werde dann gleich von oben angeschossen. Wo sind sie? Stabil gebaut der Kollege, das Ende vom Countdown, welcher Countdown, also du meinst bei die Quests. Oh, da schießt einer. So. Oh Gott, das geht nicht. Kurz ein bisschen Amo machen, die Spiele haben wir ja erstmal wie seitdeckt, das passt. Die MCX ist richtig nice, gefällt mir auch. Ja. Ey. Awe. Von außen schießt er. Ey. Was ist denn hier los, ey, bei dieser Armtreffer? Da oben kommt was rein. Ach Mist, ich habe kein gegen schwere Blutung mehr. Ist gut, lassen wir es erstmal ein bisschen ranlaufen. Auf die Distanz ist die mit Express-Bug nicht so gut. mit gutem Gitarren, taus. Möchiger, Klaus. Möchiger, Klaus. Möchiger, Klaus. aber hier ist gut die distanz passt mir schießt mir schon wieder jemand meine zombies weg hat er mit gezählt die quest zählt mit oh wir haben es passt passt es ging einfacher als gedacht muss ich sagen ich liebe diese shotgun ich würde gerne den einen hinten noch gut die quest ging wirklich schnell vorne loot man nicht da liegt mir viel zu offen hat ihn hier hinten könnte man schnell was hat er hier so express bug guter man ein kenner ah die falsche shotgun i'm sorry das ist die binelli ja 70 gas off streets das geht dann schnell das stimmt wohl er ist schön gestorben ich würde sagen wir gehen oder passt ich würde sagen wir gehen oder passt raus hier 3 pms gekillt alle zombies fest fertig kann man nicht meckern ja die weekly bringt immer ordentlich ja die ich dachte auch also es war ja schon was los gut ich habe halt die leute schnell gekillt und fertig ich hatte die zombies ziemlich ziemlich für mich dann geht es halt auch schnell nientge r nuisse 93 monate holy shit danke schön für den support den annauf49 und willkommen zurück aber warte wie gehts servus 93 monate sind wie viele jahre ich habe keine ahnung Längster Sub Längster Sub Und obwohl du keinen Tag aufschaust Ich bin begeistert, was soll ich sagen Danke für die lange Zeit So, raus hier Aber wisst ihr was, machen wir eine Hallo YouTube Runde raus Kommt, mal Hallo YouTube Macht mal Hallo YouTube im Chat Erste Runde des Tages, das Ding kann man doch verwenden, oder? Schön die Quest hier, die 30 Dom Skills Mit ein bisschen PvP War doch eine nette Runde Und ein bisschen Showcase für die Benelli Mit Express Macht mal Hallo YouTube im Chat Verewigt euch Mal sehen Ja, da haben wir noch einen, ne? Von alle recht hohes Level, ne? Ein paar Kills, 14 Minuten Wundervoll Is To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again Vielen Dank.